Hallo, wir stellen das Kapitel über die Neurodesign-Ausbildung vor. Wir sind Teresa, Julia und zu unserem Autorenteam gehören auch Karoline Schimanski, Shama Rachman und Christoph Meinel. Also was ist Neurodesign? Wir verbinden Wissen aus drei Bereichen. Das ist das Engineering, bei uns also insbesondere Digital Engineering, dann Neurowissenschaft im weitesten Sinne und Design Thinking, also Kreativität, Zusammenarbeit und Innovation. Und eine Besonderheit bei uns in den Neurodesign-Kursen ist, dass wir die Studierenden einladen, ihre eigenen Innovationsprojekte zu entwickeln und umzusetzen und zwar in ihrem Fachgebiet. Das ist also bei unseren Studierenden dann das Digital Engineering. Und dabei werden sie inspiriert, nicht nur von den üblichen Design Thinking-Einsichten in Human Needs, sondern zusätzlich auch von neurowissenschaftlichen Einsichten. Und in unserem Kapitel erzählen wir die Entwicklung dieses Neurodesign-Curriculums als ein Beispiel dafür, wie man Innovationsausbildung allgemein anbieten und entwickeln kann, wobei es eben wichtig ist, wünschenswerten Wandel zu fördern. So zeigen wir, dass wir mittlerweile im Arbeitsbereich Neurodesign schon neun verschiedene Kurse entwickelt haben, die alle verschiedene Innovationskompetenzen fördern. Und was alle Lehrveranstaltungen eint, ist, dass wir besonders auf den kreativen Prozess in den Lehrveranstaltungen achten. Das heißt, bei uns spielt vor allem die Rolle des Fachwissens bei den kreativen Entwicklungen eine wichtige Rolle. Und dadurch, dass die Neurowissenschaften und das Digital Engineering ein sehr wissensintensiver Bereich sind, haben wir ein großes Team an Experten und Expertinnen, die uns in der Lehre unterstützen und die Neurodesign-Veranstaltungen vorwärts treiben und den Studierenden eben helfen, dieses ganze Fachwissen mit in ihre Projekte einzubringen. Ja, und wenn jetzt jemand neugierig geworden ist, dann gerne reinlesen in unser Kapitel. Es heißt Design Thinking, Neurodesign und Curricula für das Innovation Engineering. Design Thinking, Neurodesign-Veranstaltungen 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 Design Thinking, Neurodesign-Veranstaltungen